Die Landesregierung schraubt ihre Ziele beim geförderten Mietwohnbau nach unten. Statt wie bisher 900 lautet die Zielvorgabe jetzt 650 bis 750 Mietwohnungen pro Jahr, die neu gebaut werden. Was die zuständige Landesrätin Andrea Klammbauer von den NEOS als ein Anpassen an den tatsächlichen Bedarf bezeichnet, wird seitens der Opposition scharf kritisiert. Auch die Wohnbaugenossenschaften würden sich ein ambitionierteres Ziel wünschen. Das nach unten revidierte Wohnbauziel ruft vor allem politische Kritiker auf den Plan. Ich glaube, dass weniger anstatt mehr Wohnungen zu bauen genau das falsche Signal ist. Die Landesrätin und ihr Resort, die wirken hier ideenlos, was die Preisspirale in Salzburg nur weiterhin hinauftreiben wird.